Ab heute den 13.12.2023 wird es bis zum 1.1.2024 keine normalen Videos auf meinem Kanal geben. Da ich mich auf das nächste Jahr vorbereite, um mehr und besseren Content zu liefern, daher mache ich eine kleine Pause. Lasst gern dafür ein Like da und ein Abo, um es nicht zu verpassen, wenn es weitergeht. Dann bis zum 1.1.2024 zu einem neuen Video.